um ich habe mal kurz was zu essen Oh, wir sind ja alle ziemlich tanky Oh, guck mal, Primates Topflappen und Fanboy Topflappen Sau schlecht Der von Chawan der Name Oh, ich darf gegen Chawan spielen Ach, niemals Den nehme ich Ja, genau Ich nehme Chawan mit links Easy Ich empfehle hüpfen Willkommen in der Kluft der Beschwörer Dieses Eichhörnchen kommt mir bekannt vor Nur eine Prise Blicke nie einer Tulpe ins Auge Die Basallen sind erschienen Jupp, das war etwas fad Mit geschlossenen Augen wirst du mehr sehen Oh, schwindelerregend Neugieriger Tautropen Mit geschlossenen Augen wirst du mehr sehen Die ist Toplane Das wird ihm nicht gefallen Oh, schwindelerregend Oh, schwindelerregend Nur eine Prise Ich blicke nie einer Tulpe ins Auge Ich empfehle hüpfen Neugieriger Tautropen Neugieriger Tautropen Jupp, das war etwas fad Ich bin so ein Pseffekt Ich habe auch sehr viel Ich bin so ein Pseffekt Nein Seine Scheiß Wehe, Alde Die erste Farbe ist blattgemacht lol Ich mach's dir gar keinen Schaden Was spielst du? Hey Schon wieder? Ja Das letzte Mal war ich ein bisschen Zweimal wenn ich gestorben habe Ja Ich isch grad man Ich isch grad man Ja 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 Ich empfehle Hüpfen. Ich blicke nie einer Trüte ins Auge. Jupp, das war etwas fahrt. Auf der Skate! Auf der Skate! Ich bin ein Wettbewerb. 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 Oh, das war einfach was. Ich empfehle Hüpfen. Ich bin ein Wettbewerb. Wieso macht der Jabba so guter? Der... Ein Gegner wurde getötet. Wieso zieht sich immer nur ran und macht 8 Trilliarden mit Image. Das... ... Das ist die Butteraccordung. Ich blicke nie einer Trülpe ins Auto. Neugieriger Tautropfen. Oh man, dieser Arschloch Shaker. Oh man, dieser Arschloch angriert man. So I'll do have to see. Nur eine Prise. Jupp, das war etwas fad. Dieses Eichhörnchen kommt mir bekannt vor. Ich hab da auch kein Schaden. Neugieriger Tau-Trocken. Noll. Ich hab vorher Schaden. Mann, der Javon hat gefläßt gehydraten, der macht Schaden. Das ist der Mega-Damaged Javon. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich empfehle, hüpfen. Oh, Alter. Oh, multistinn! Ich habe mich verletzt. Oh, Alter. Ich können mich nicht mehr so schalten. Zu groß! Viel zu groß! Wir sind geblindet. Geil, oder? Der kriegt mich nie! Ich bin Timo! Alter, wenn er dich jetzt erwischt hätte! Und Piss! Und! Ich hab keinen Mana! Ich habe getwitscht durch die Pilze, glaube ich! Lulu und Timo, yeah! Ja! Ohne Wisse! Kleine Männchen! Alter, der Chawan ist voll cool, der feedet mich erstmal! Mit geschlossenen Augen wirst du näher sehen! Was mit dem Chawan? Der ist voll hart, der Chawan! Hier! Alter! Macht er auch! Scheiss, guck mal ab! Das ist so ne... Dumme Kacke, ey! Wer hat doch diesen Arsch noch Schmetterling, guck mal! Das nervt einfach später, übel ist die Ulti! Das war etwas fad! Und seine komische Kotze da auch! Und auch voll den Schaden! Ich empfehle Hüpfen! Was für Leute spielen wir denn da? Arabe? Oder was ist das? Niederländisch! Ist doch kein Niederländisch! Mit geschlossenen Augen wirst du mehr sehen! Wobei! Könnt schon sein! Ich pils jetzt oben alles zu, mein Busch! Nein, da ist Chawan! Der tötet mich! Ey! Neugieriger Tautropfen! Lauf! Ah! Schnell laufen oben! Flieh durch... Flieh durch die Pilze! Und BAM! Alter, wie weit kann der schießen?! Oh nein! Blitzkinker und Oracle! So ein Arschloch! Ist voll gemein! Wir müssen echt mit den Jordan tief machen! Mit Rumble und so und Scheiß! Das war cool! Die Mitte hauen einfach kennen! Top Rumble! Oh, Jungle! Ich bin gebleitet! Ich stirbte einfach! Yes! Lüschhäßchen T-Man wieder zugestanden! Oh! Der hat jetzt sogar noch Erakul! Sonst hätte er noch mehr gedrückt! Jetzt! Das war etwas falsch! Ach, egal! Hat sich trotzdem gelohnt! Lauf ist Lauf! Kill ist Kill! LOL! Der Nemmer! Der Nemmer! Echt! Alter! Der Lulu Gang ist vor 8! Echt! Echt! Er? Echt! Echt! D! 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 Das vergess ich immer, dass Timo unsichtbar wird. Das vergisst mir übelst. Das kann man voll nutzen, eigentlich. Oh, mein Verboten ist ein Weg, der unten ist. Das ist voll gehen. Ja. Voll der Hammer. Drückst die W und rennst weg wie in Spaß. Irgendein Kontospiel. Ah, da läuft der mir schon gar nicht mehr hinterher. So ein Schisser. Wer weiß, der wollte da alles tun. Wenn sie mir überfallen. Oh Gott, wir haben. Ah. Nur eine Prise Brumm brumm Don't die I'm on my way Warte, entneh mich Was nimmst du? Wer nimmt dich? Ein Gegner wurde getötet Ein Verwundeter wurde getötet Ich empfehle Hüpfen Ich bin Bluber Warte, helf mir Warte, warte, warte Yes Das wird ihm nicht gefallen Warte, 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 nie Warte, warte 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 Neugieriger Tauzopfen. Jupp, das war etwas fad. Er ist geblindet, warte. Ich empfehle Hütten. 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 Oh. Oh. Ich empfehle Hütten. Oh. 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 Ja Ich hab schon so lange keinen Kopf mal mehr gesehen. Oh oh, Terrorakel. Oh mein Gott, oh mein Gott. That's it. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Kann ich meine Q öfter einsetzen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist so cool mit Runen und Hurrican. Dass das Gift einfach mitfliegt. Der stirbt. Geh einfach drauf. Das wäre cool, wenn man sich mit Hex-Technik rollt, wenn dann mein Gift auch heilen würde. Ja, das ist ja Magic Damage. Das ist ja voll cool. Ja. Ein Gegner wurde getötet. Blutrausch. Das war's für heute. 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 Oh! Das coolste Nunu und Timo ist echt der Hammer Boah, da können wir beide Speed-Fraft-Render verwechseln Das Typ ist lustig Neugieriger Tau-Tropfen So, ich hab 515 AP Ich hab 515 AP Einer macht 1000 Oh, ich hab voll Cool Dann wird das Spiel verloren Alles So Pass auf Aha, das Spiel verloren Was haben denn die Wichser oder Arka Solche dummen Arschlecken Oder Schattenklingen Kannst du durch Einheiten durchlaufen Was? Ich würd mir das mit Schattenklingen echt überlegen Du läufst schneller, du kannst durch Einheiten durchlaufen Wieso soll man mit Schattenklingen durch Einheiten durchlaufen können? Hm Stärke 3 Einigkeit Was? Kauf dir auch Rune ins Hurricane Ich will mal sehen wie das aussieht Wenn du dann auch solche Dinger rumschießt Und dann schießt deine komische Elf hier auch Woah Schwindelerredend Ja, aber dann schießt deine auch so zwei Stufen Ich empfehle Hüpfen Dieses Eichhörnchen kommt mir als Hand vor Nein 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 Die Farmen, Job Die Farmen Auf Bist Auf Bist Auf Bist Ja Die Farmen ... Die Farmen Ah, fuck. Bis zum nächsten Mal. Guck mal, ist viel zu stark. Guck mal, ist viel zufrieden, ist viel zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's! Halt mal zum Tank, auf dir Warmox! Und du könntest deine Wards auch mal aufstellen Die Sieben, wie? Ich hab' einen Kumpel, wie? Ich hab' einen Kumpel! Vermalte ich mich, was du ohne das? Ich habe michIOB! Das war's für heute. Der Wettbewerb ist in der Nähe von den Wettbewerb. Das war's für heute. Ich wollte ein Penta.